Es ist soweit. Die Hennys sind jetzt zu dritt. Auf Instagram teilen Christina und Luca Henni die freudige Nachricht mit ihren Fans. Ihre kleine Tochter hat das Licht der Welt erblickt. Nachdem die Let's Dance-Tänzerin und der Sänger im August 2023 geheiratet hatten, gab das Paar kurz vor Weihnachten im gleichen Jahr bekannt, dass sie Familienzuwachs erwarten. Jetzt ist das Baby endlich auf der Welt. Unsere Familienband hat eine neue Frontfrau. Aus einem Duo wird ein Trio und der Ton wird von ihr ganz perfekt neu angegeben, verkünden die beiden die Geburt ihrer Tochter und betonen außerdem, wir genießen unsere gemeinsame Zeit des Kennenlernens und bedanken uns von Herzen für alle Glückwünsche und Gedanken an uns drei. Auf dem schwarz-weißen Schnappschuss sind die kleinen Füßchen ihres Babys zu sehen. Fans und Kollegen gratulieren nicht nur die beiden, Let's Dance-Stars sind überglücklich. Auch ihre Fans freuen sich mit den frischgebackenen Eltern und kommen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Herzlichen Glückwunsch und Willkommen an eure kleine Tochter. Genießt diese Zeit in vollen Zügen. Und auch viele, Let's Dance-Kolleginnen und Kollegen gratulieren dem Paar. Herzlichen Glückwunsch liebe at christina.henny und lieber at lukahennny1. Freuen uns über diese wunderbare Nachricht. Schreibt Massimo Sinato und auch Katrin Menzinger freut sich für die beiden. www. Herzlichen Glückwunsch ihr Lieben. Genießt die Zeit. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.